Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 17. Wenn wir Christen sind, dann sagen wir damit, wir haben irgendwann ganz bewusst zu Jesus Christus gesagt, mein Leben gehört dir, mein Leben liegt in deiner Hand. Ich will für dich leben. Vielleicht sogar mein Leben soll Lobpreis sein für dich, soll dich verherrlichen. Und Paulus buchstabiert hier aus, was das heißt. Das heißt eben nicht nur, dass ich zu bestimmten Anlässen oder an bestimmten Tagen in der Woche besonders fromme Gebete spreche oder irgendwelche heiligen Handlungen verrichte und sonst einfach mein Ding weitermache. Sondern das heißt, dass in allen Lebensbezügen, Zusammenhang geht es dann hier um die Arbeitswelt, dass ich in allen Lebensbezügen so lebe, dass es Gott die Ehre gibt. Alles tun im Namen des Herrn Jesus, also alles, was ich tue, alles, was ich sage, soll in seinem Namen geschehen. Wenn ich etwas im Namen von jemand anders tue, heißt das, mit dieser Handlung repräsentiere ich ihn. Also der Botschafter grüßt im Namen seiner Regierung oder er gibt bestimmte Positionen, Stellungnahmen weiter im Namen seiner Regierung. Dann müssen diese Meinungen oder diese Äußerungen natürlich wirklich in Übereinstimmung mit seiner Regierung sein. Er darf sich da nicht einfach irgendeinen Kram ausdenken. Und wenn ich alles, was ich tue, alles, was ich rede, im Namen Jesu rede, dann ist das die sehr herausfordernde Messlatte, dass das, was ich tue, dass das, was ich sage, wirklich in Übereinstimmung mit ihm ist. In Übereinstimmung mit seiner Wahrheit, in Übereinstimmung mit seiner Liebe, in Übereinstimmung mit seinem Charakter. Daran will ich mich messen lassen. Und das Ganze soll auch noch zum Dank, ja, soll auch noch ein Dankausdrücken Gott gegenüber, aus einer Haltung der Dankbarkeit herausgeschehen. Nicht aus einer Haltung des Krampfes, ich muss jetzt möglichst alles richtig machen, sonst kriege ich einen auch über die Rübe, sondern weil Gott mich so reich beschenkt hat, will ich in jeder Beziehung, in jeder Begegnung, ob ich arbeite, ob ich chille, ob ich Fußball gucke, das in seinem Namen tun, zu seiner Ehre, sodass er sich, auf eine Weise, dass er sich, still Netflix gucken, auf eine Weise, dass Jesus sich drüber freuen kann. Und das setzt vielleicht voraus, dass ich da mit ihm im Gespräch bin, dass ich in seinem Wort zu Hause bin, dass ich weiß, was ihm wichtig ist. Und dass ich dann ganz bewusst mein Leben danach ausrichte. Ich weiß, das ist eine große Herausforderung, das ist eine hohe Latte. Und ich sage nicht, dass ich da immer mühelos drüber springe, aber ich glaube, es ist es wirklich wert, danach mein Leben auszurichten. So wird mein Leben wirklich eine Qualität haben, wird einen Wert haben, wird Gottfreude machen, aber wird auch ein Segen sein für meine Mitmenschen. Und was gibt es Schöneres als das? Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben zuerst gegeben hast für mich. Ich danke dir, dass du mich zuerst geliebt hast, bevor ich irgendwas für dich getan habe. Und ich sage ja zu dieser Herausforderung hier im Kolosserbrief. Ich will mein Leben so leben, jedem Atemzug, dass es ein Lobpreis ist für dich. Danke, dass du selber durch deinen Heiligen Geist in mir lebst, dass du es möglich machst, dass ich so lebe. Und dass du mir vergibst, da wo ich weit unter diesem Maßstab bleibe und mir einen Neuanfang ermöglichst, immer neu. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.